Untertitelung des ZDF, 2020 der Hilfsorganisation Practical Action, wissen, wie sehr die Bevölkerung den Elementen ausgeliefert ist. Der Klimawandel verschärft das jahrtausendealte Dilemma im Land der Bengalen. Es ist April und es gibt kein Wasser. Alles ist ausgetrocknet. Heute fegt sogar ein Sandsturm über die Ebene. Aber kommen wir im Juni oder Juli hierher, dann sehen wir nichts als Wasser. Alles ist überschwemmt. Das heißt, unser Problem ist, wenn wir Wasser brauchen, haben wir keins. Und wenn das Wasser kommt, nützt es uns nichts. Denn dann geht Bangladesch regelmäßig unter. Die grossen Flüsse der Ganges und Brahmaputra treten über ihre Ufer und überschwemmen riesige Gebiete. Kommen zudem noch die gefürchteten Zyklone, verlieren die Menschen ihre Häuser, ihre Ackerflächen, ihr Leben. Die Flut reisst alles mit sich. Der ersehnte Regen wird zum Fluch. Eine Bootsfahrt auf dem Brahmaputra zeigt das Ausmass der Erosion. Die Fluten fressen sich in das Umland, immer wieder stürzen Teile des Ufers in sich zusammen. Dabei bräuchten 160 Millionen Menschen jeden Quadratmeter fruchtbaren Bodens. Der über 70-jährige Kokamia hat viele Fluten in seinem Leben gesehen. Er war einst ein wohlhabender Bauer, mit eigenen Reisfeldern. Sechs Söhne hat er gezeugt. Da, 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 da. Untertitelung des ZDF, 2020